Was geht ab, Leute? Wir sind in einem saugeilen Haus und zwar mitten im Nirgendwo. Wow. Drei heiße Bitches haben Bock auf Party mit dem stärksten Sternschnuppenregen seit dem Checkout der Dinosaurier. Habt ihr schon mal einen Meteorschwang gesehen? Wow. Wahnsinn. Was zum Teufel kam das her? Was ist das? Oh mein Gott, es hat ein kleines Gesicht. Was macht diese nach Pisse stinkende Hunderatte hier im Haus? Ich konnte es nicht einfach liegen lassen. Es hat geweint. Du bringst hier kein unschuldiges Tier um. Es zu erledigen ist der nette Weg. Und womit? Keine Ahnung. Hey kleines Kerlchen, hast du Durst? Ich fühl mich unglaublich. Wir müssen hier weg. Dieses Ding. Wir sind hier nicht sicher. Es ist ein Alien. Es ist gefährlich. Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ehe seih Untertitelung des ZDF, 2020